MobTogger Eine Frage Habt ihr auch so ein Kribbeln im Hodensack? No No Der war passend Ich glaub das seit lang Tunnel auch was drin Du kam her Mann Ich will den nicht haben Ja bist ruhig Ja Das war ein Dropshot Geplett Ja So eine Mitte und Mitte Shot Shot Ja Oh 1000 Ich hab noch 1000 2 gespielt Lo 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7